Große Ehre für Guido Maria Kretschmer Wie die Bild-Zeitung meldet, wird Wüst neben Kretschmer elf weiteren Bürgerinnen und Bürgern die Auszeichnung für ihren herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl und das Land überreichen. In der Begründung der Staatskanzlei heißt es demnach, dass Kretschmer seine Popularität mit viel Herz und Engagement für Menschen in einer außerordentlich schwierigen Lebenslage einsetzen würde. Der ausgebildete Krankenpfleger unterstützt unter anderem seit vielen Jahren zahlreiche Stiftungen, darunter auch die Deutsche Schlaganfallhilfe oder die DKMS Live. Er sei ein leuchtendes Beispiel, wie man Bekanntheit und Erfolg zum Wohle derjenigen nutzen könne, die dringend auf Unterstützung angewiesen seien, heißt es weiter. Nicht nur Prominente bekommen den NRW-Verdienstorden. Neben dem Shopping Queen Star wird unter anderem auch Susanne Feltins, Geschäftsführerin der gleichnamigen Brauerei, der Ex-Direktor der internationalen Filmfestspiele Berlin, Dieter Kossig, oder auch die Künstlerbrüder Christoph und Michael Winkelmann ausgezeichnet. Der Verdienstorden wird seit 1986 verlieren und ist auf 2500 lebende Preisträger begrenzt. Neben Prominenten werden auch Menschen ausgezeichnet, die normalerweise nicht in der Öffentlichkeit stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017